Hallo allerseits, ich bin heute am internationalen Spareinstreffen in Speyer und bin hier am Stand von Ruth Hendricks aus den Niederlanden. Der hat hier eine 5 Meter lange Anlage aufgebaut, 90 Zentimeter tief, ein wunderschönes Diorama. Das ist zwar ein Fantasie-Diorama, entspricht also keinem Vorbild, aber es ist meines Erachtens wirklich wunderschön realisiert und wunderschön aufgebaut und detailliert worden. Hier sind eine V200 und die Baureihe 81 im Einsatz und einige Gebäude sind hier als Reliefgebäude gebaut. Jetzt hört man gerade eine V100 herangekommen. Eine kleine Diesel-Betankung. Einige Gebäude als Reliefgebäude, weil der Platz trotz 90 Zentimeter mehr tief trägt. Und man sieht und hört, es ist hier einiges los auf dieser Anlage, auf diesem kleinen 5 Meter langen Diorama. Und damit es ein bisschen größer wird, ist hier ein Spiegel integriert, der hier im Tunnel, wie ich es dem Ort noch mal gesagt hat, und hier ist auch eine Brücke angedeutet. Eine kleine Bekohlungsanlage. Und diese Anlage ist wirklich wunderschön. Das war es mit meiner Impression von dieser Sporeinsanlage von Ruth Hendricks aus den Niederlanden, hier auf dem internationalen Sporeinstreffen in Speyer. Und das war es mit der Anlage, die wir vor Lithu 21 in Österreich haben und hier auf dem blöde gegebenen, hier haben wir zurück. Das war aber, wenn wir in der Anlage zusammenarbeiten, dass der Abende Winther wieder weiterfahnen. Und dann ein paar Minuten sind nicht über die Konstruktion von dieser Anlagen, oder woher Art.